Du hast ja häufiger auch die Aufgabe gehabt, LeBron James zu verteidigen. Mehr als ein normaler Spieler. War er der tougheste Gegenspieler denn auch? In dem Moment glaube ich nicht. Die Leute haben sich gefragt, who the fuck is this? Was ist hier eigentlich los? Der packt seine Taschen. Ich glaube, der wusste zehn Minuten davor auch nichts davon. Wird natürlich auch gut bezahlt. In dem Moment hilft dir dein Geld wenig. Ballin! Alles rund um die NBA. Let's go! Wir haben mal einen kleinen Betriebsausflug gewagt, sind allerdings nicht so weit gekommen, zugegebenermaßen. Von unserem Studio im Süden von München bis zum Audidorm im Norden von München. Aber wir haben ja auch einen guten Grund, denn wir haben ein Date mit Paul Zipser. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Das ist eigentlich meine Aufgabe, aber willst du auch noch herzlich willkommen sagen? Herzlich willkommen. Das ist mein Sohaut hier von daher. Ihr seid herzlich willkommen. Paul Zipser hat zwei Jahre bei den Bulls gespielt in der NBA zwischen 2016 und 2018. Mittlerweile wieder in Deutschland bei den Bayern. Und sein Trainer Trinkieri hat zuletzt gesagt, er würde dich gerne mal umbringen. Deswegen die wichtigste Frage. Geht's dir gut? Mir geht's soweit sehr gut. Ja, bis jetzt hat er das noch nicht ernster probiert. Immer wieder im Training führen wir Gespräche und er versucht, mich jeden Tag besser zu machen. Was ja momentan ganz gut gelingt. Du verfolgst ja auch die deutsche Liga, Alex. Und wie gut ist der Paul momentan so? In deinen Augen? Du bist ja sehr streng. Ja, sehr gut. Also auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen. Aber er spielt momentan, finde ich, mit dem besten Basketball, den er bisher überhaupt gespielt hat. Also trifft den Dreier extrem gut. Hohe Belastung. Neuroleague. Eigentlich hast du pro Woche zwei, drei Spiele. Je nachdem, ob ihr zweimal oder dreimal spielt. Also das ist schon tough momentan. Aber er spielt mit seinem besten Basketball. Hat eine gute Rolle gefunden jetzt, glaube ich, in der Mannschaft, die ihm sehr, sehr gut passt. Dementsprechend gut. Willst du irgendwas dagegen sagen? Oder machen wir einen Schritt? Danke, das lassen wir einfach so stehen. Dann haben wir auf an der Stelle, oder? Das ist wunderbar. Aber gibt es dann eigentlich so bei dir den Gedanken, irgendwie vielleicht doch mal, ich meine, du bist 26, wirst 27, doch nochmal so in Richtung Teich, dass darüber NBA nochmal ein Thema vielleicht? Eventuell. Aber wie Alex gerade schon gesagt hat, wir haben so viele Sachen jetzt während der Saison im Kopf. Ich denke jetzt eigentlich immer nur von Reihe zu Reihe, von Spiel zu Spiel. So viel über den Sommer. Der Vertrag läuft ja aus jetzt im Sommer, aber viel darüber nachgedacht. Bis jetzt bin ich ziemlich ehrlich, habe ich nicht. Kleine Phrasenschweinantwort. Aber die erlauben an der Stelle. Was meinst du? Schafft das nochmal? Geht er nochmal rüber? Ich glaube, er hat auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Also jemand, der schon in der NBA war und dort gezeigt hat, dass er dort spielen kann, was du ein Jahr gezeigt hast, das andere. Ja, das ist so ein bisschen semi, aber du hast gezeigt, dass du es kannst. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass die NBA ihn ganz bestimmt im Auge hat. Und wenn er weiter so spielt, weiter so konstant spielt, Verletzungen auch in den Griff bekommt, was aktuell definitiv der Fall ist, dann bin ich mir sicher, dass es da noch das ein oder andere Angebot auf jeden Fall geben wird. Wir wollen natürlich über genau diese Jahre bei den Bulls sprechen, die Paul hatte. Und fangen mal ganz vorne an. Draft Night. Für viele, glaube ich, so mit der größte Tag im Leben eines Basketballers. Gerade für die Jungen. Jetzt warst du schon ein Ticken älter. Aber was hast du noch für Erinnerungen an die Draft? Einiges noch. Also die ganze Family im Wohnzimmer in Schrieße, also bei Heidelberg, bei meinen Eltern. Ja, meine Frau war da, die ganze Family, wie gesagt. War eine lange Nacht, also bis 48. Vergeht ein bisschen Zeit. Ja, aber es war sehr aufregend, der ganze Tag danach. Trubel und so viel Emotion, so viele verschiedene Sachen. Wie gesagt, ich war ein bisschen älterer Rookie schon. Also ich habe schon ein paar Sachen erlebt, aber es ist halt was ganz Neues, was man da dann erlebt und mitbekommt. Und dann sind es die Bulls geworden. Denkt man sich, ach nö, die Bulls oder yes, die Bulls hattest du da irgendwie oder hattest du überhaupt ein Team? Da war ich richtig. Also ich habe gehört einfach, wir haben davor ein bisschen telefoniert, weil es dann in der Nacht auch ziemlich hektisch entschieden worden ist, ob ich jetzt ein bisschen vorher vielleicht gedraftet werde und dann in Europa bleibe oder ob ich unbedingt wieder, also direkt gehen will. Und ich habe mich dann ganz klar dafür entschieden, je nachdem welches Team es ist, dann rüber zu gehen. Dann haben sie gesagt, okay, es wäre Chicago. Und dann haben wir ein bisschen 20 bis 30 Sekunden drüber geredet. Aber für mich war eigentlich klar, okay, Chicago, Bulls, da will ich auf jeden Fall hin. Was hat dann den Ausschlag gegeben am Ende? Warum war es dann für dich so klar? Erstens wollte ich diese Challenge direkt. Ich hatte sehr viel Selbstvertrauen einfach in einem Jahr davor auch getankt und ich war mir eigentlich bewusst, dass ich das drüben schaffe, auch wenn ich vielleicht ein bisschen Zeit brauche, aber ich weiß, dass ich es schaffe. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt noch ein Jahr warte und das meine Entscheidung ist, dann werde ich damit auf keinen Fall glücklich. Und dann die Stadt Chicago, die Bulls, ich wusste relativ wenig, was jetzt gerade vertraglich oder viele Leute setzen sich damit auseinander, welche Teams jetzt perfekt wären, wo jetzt auf meiner Position zum Beispiel viel frei wäre oder so. Ich habe dann, wie gesagt, ein bisschen den Agenten zugehört. Die gemeinten, da wäre eine Chance möglich, dann auch wirklich Spielzeit zu bekommen. Und ja, das hat sich dann gezeigt. Und dann steht man da im Camp und plötzlich steht da einer wie Rondo vor einem und denkt sich, was ist hier eigentlich los? Oder ist man da schon so abgebrüht? Du hast ja gesagt, du warst jetzt nicht der jüngste Rookie, dass das alles normal war oder augenreifend? Ja, normal war das auf keinen Fall. Also ich kam ja direkt von der Nationalmannschaft auch. Quali war das, glaube ich. Ja, Quali. Und was sehr hektisch war und anstrengend und es war knapper, als wir alle gedacht haben. Und dann komme ich nach Chicago und dann, ich glaube, am zweiten, dritten Tag, in Amerika geht es dann direkt in der Preseason los. Und ja, sehr anstrengend gewesen. Und trotzdem dann diese ganzen Leute mit Jimmy, Jimmy Butler, Wade, Rondo, was du gerade gesagt hast, direkt neben dir zu haben. Und dann, du arbeitest jeden Tag, jede Minute mit den Jungs zusammen. Es war sehr aufregend und was ganz Besonderes. Ganz kurz zu Rondo, weil du ihn angesprochen hast. Der hat jetzt nicht so das beste Image unbedingt, also dass er der wirklich pflegeleichteste Spieler jetzt überhaupt sein soll. Wir erinnern uns an die Mavs 2014, 2015 mit Rick Carly, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Aber du hast mir immer wieder gesagt, das ist ein richtig guter Typ, der die jungen Spieler pusht, der ein Leader ist und versucht, das ganze Team besser zu machen. Ja, also ich habe eigentlich auch nur davor gehört, gerade von dir, weil es bei den Mavs nicht perfekt war. Ich glaube, es ist einfach ein Charakter, wenn er sich wohlfühlt, wenn er eine Chance sieht, dass es richtig losgeht und wenn er spürt, dass er richtig Rückenwind bekommt auch, dann ist er perfekt. Also ich habe wirklich wenig oder noch nie so ein Teammate erlebt wie ihn. Jede Sekunde im Training, neben Training, vor dem Training ist voller Fokus da und versucht, den Jungs zu helfen, mir zu helfen, gibt allen das Gefühl, dass wir alle an einer Sache die ganze Zeit auch arbeiten. Und gerade die letzten 15, 20 Spiele vor dem Playoffs war das Gefühl ein ganz anderes plötzlich. Dieser Playoff-Rondo ist dann richtig eingeschlagen und diese Playoffs und diese Mentalität, was ich da dann erlebt habe und was ich da gelernt habe, das war 100% Rondo. Und klar, da gibt es verschiedene Stimmen, weil er dann aber auch so ein Mensch ist, wenn er keinen Bock hat, dann sagt er das auch oder zeigt es. Aber wenn er Bock hat, dann ist er sehr, sehr krass in vielen Bereichen. Er ist sicherlich nicht der leichteste Typ. Ich glaube, das können wir feststellen. Das hat sich auch schon mehrfach gezeigt jetzt in der NBA. Aber wie du sagst, wenn es halt eben funktioniert, dann ist er ein richtig guter Teammate. Wahrscheinlich immer ein guter Teammate, aber dann ist er auch deutlich pflegeleichter. Ich glaube, immer ein guter Teammate würde er schon sein. Also in den letzten Jahren reden ja auch immer wieder Teammates so offen oder versuchen, dieses Bild vielleicht ein bisschen zu ändern, was die Medien oder was er selbst vielleicht auch mal ein bisschen verschuldet hat. Aber ich glaube, da versuchen sich schon mehrere Leute in den letzten Jahren auszusprechen. Und man hört so ein bisschen raus, er war so dein Anker auch am Anfang. Ich meine, du kommst in einen komplett neuen Kosmos eigentlich. Neues Land, völlig neue Mannschaft. War er so jemand, der dich da geführt hat oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, auf jeden Fall. Also er hat generell nicht nur mich, sondern die ganzen jungen Spieler von Tag 1, ich weiß noch, wie ich rübergeflogen bin vor der Preseason, um zu unterschreiben. Dann war er da, das war jetzt Zufall. Und dann wollte ich halt ein, zweimal trainieren, weil ich halt im Rhythmus war und wegen Nationalmannschaft. Und dann hat er gesagt, so aus sich, er gibt mir mal ein paar Trainingssachen, ich mache jetzt mit. Und dann dachte ich erst auch so, ja, was ist jetzt sein Plan? Aber das war wirklich, er hat gemerkt, von der ersten Sekunde will er halt wirklich alle ins Team holen und reinpacken. Und das ist, ja, das habe ich dann später gemerkt, dass es jetzt nicht irgendwie ein Schauspiel irgendwas war, sondern das meint er wirklich ernst. Das ist krass, wie das öffentliche Bild sich unterscheidet zu dem Mensch, der er dann vielleicht wirklich ist, beziehungsweise wie die Realität sich darstellt. Für mich immer eher ein Miesepeter gewesen, aber logischerweise, du kriegst ja nur mit, was in den Medien hier ankommt. Das ist ja nochmal was anderes, muss hier erstmal ankommen in Deutschland, aber er war immer eher ein Miesepeter. Ich meine, negative Sachen bleiben vielleicht auch eher mal im Kopf. Also, ihr wisst vielleicht selbst nicht, wie viele Leute positiv davor über ihn geredet haben, aber wenn dann ein, zwei Leute mal richtig negativ, was halt sehr selten ist eigentlich in dem Business, dass da richtig negativ über eine einzelne Person geredet wird, dann bleibt es halt vielleicht eher im Kopf. Ging ja dann auch alles eigentlich ziemlich gut durch. Du hast dann irgendwann das erste Mal deinen ersten Start gefeiert. Im Madison Square Garden auch noch. Also, ich glaube, besser kann man sich das Ganze ja nicht malen. Also, MSG, Mecca of Basketball und dann dein erster Start für die Bulls. Und du hast das kommentiert, witzigerweise. Man muss dazu sagen, die beiden kennen sich schon ein bisschen länger. Heidelberger Connection. Also, ihr habt schon mal ein bisschen Zeit verbracht in eurem Leben. Und dann kommentierst du dieses Spiel. Wie hast du es in Erinnerung, diesen Tag? Ich meine, der erste Start ist dann schon nochmal was anderes. Hast du ihn überhaupt nicht? Ja, ja, doch. 13. Januar 2017 habe ich gestern nochmal gecheckt. Also, das muss ich jetzt nicht mehr auswendig. Ist natürlich unglaublich gewesen, weil man sagen muss, davor hat der Paul jetzt wenige Minuten bekommen. Davor, ein, zwei Nächte vorher habt ihr in Washington gespielt. Hast du keine Sekunde gesehen? Ja, das ist mir auch noch im Kopf gegeben. Mehr als der Start für die Freude. Ja, also, es ist natürlich auch schwierig, als 48. Pick in eine Mannschaft zu kommen, die hohe Ziele hat. Und dort dann direkt einen Rotationsspot zu haben. Und den hatte er nicht. Und dann schreiben wir so vor dem Spiel so ein bisschen, nachts um 0.30 Uhr, deutscher Zeit oder was auch immer. Und dann sagt mir der Paul halt, ja, ey, ich stehe in der Starting Five. Und ich dachte, ah, ist kein Problem. Ist okay, Starting Five. Damit hatten wir jetzt alle, glaube ich, nicht gerecht. Ich glaube, du hattest jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet. Aber ich kann fragen. Also, kam für dich auch völlig überraschend. Nee, bei uns war immer so, wir kommen in die Halle, dann zum Shootaround. Und dann steht halt, wir machen, wir besprechen kurz, was wir machen. Kurze Teamvorstellungen. Und dann steht halt immer die Starting Five da, was zu 99 Prozent oder 95 Prozent bei uns so die gleichen Namen waren. Und dann gucke ich so, ich sehe so meinen Namen. Alles klar, wie gesagt, kein Problem. Aber es war ja dann gar kein schlechtes Spiel, was du gemacht hast. Was soll das denn jetzt heißen? Nee, stimmt. Das war überraschenderweise kein schlechtes Spiel. Nee, ich war wirklich überrascht, wie selbstbewusst du gespielt hast in diesem Moment. Also, du hast 34 Minuten in der Partie gesehen. Du hast nur einmal in deiner Karriere noch mehr Spielzeit in der NBA gesehen. Also, häufig viel gespielt, aber 34 Minuten ist ein hoher Wert. Also, zum Vergleich, ein LeBron James zum Beispiel spielt aktuell 31, 32 Minuten im Schnitt. Also, es ist nicht normal, dass man wirklich jetzt 40, 45 Minuten spielt. Das macht keiner in der NBA. Und da hast du echt gut gespielt. Ich glaube, ihr habt am Ende zwar relativ deutlich verloren, aber Madison Square Garden Debüt ist schon Wahnsinn, oder? Ja, ich sollte eigentlich, warum ich auch einen Starting Spot bekommen habe, weil ich eigentlich Porzingis verteidigen sollte. Und das ist dann leider dann ausgefallen. Aber trotzdem weiter gespielt. Ja, das alles ist so ein bisschen verschwommen gewesen. Und ich habe irgendwie ein Layup im Fastback irgendwie gehabt. Also, der ist mir extrem noch im... Ich weiß noch genau, was ich zu welcher Sekunde da gedacht habe, der Moment. Ja, und dieses ganze Madison Square Garden mit der ganzen Show und das Event einfach wirklich an sich. Das ist ja, wer schon mal da war. Nochmal was ganz anderes mit den Lakers vielleicht zusammen. Ja, das war einfach ein Film, in dem ich in dem Moment einfach mittendrin war. Besseres Debüt, also was den Standort angeht, gibt es ja im Endeffekt gar nicht. Madison Square Garden, vielleicht neben dem Staples Center, die Halle in der NBA mit der größten Tradition. Ist das anders, ob du jetzt in Minnesota dein Debüt gibst? Also, wer hätte ungefähr so ein halbes Jahr vorher gedacht, dass du im Chicago Bulls-Trikot im Madison Square Garden bei den New York Knicks startest? Wahrscheinlich die wenigsten, ja. Ja, Chicago Bulls muss man ja auch sagen. Ich meine, dann direkt zu so einem doch nochmal Traditionsclub, wenn man das so sagen kann, in der NBA. Ist es dann auch so eine... Nimmt man das wahr, wenn du in der Stadt unterwegs bist, dass man da direkt irgendwie zu so einem Teil gehört, der in sich wichtig ist? Das ist schon ganz anderer Stellenwert generell in Amerika. Aber in Chicago einfach, du siehst überall Bulls. Auch selbst, wenn du nicht in Chicago bist, wenn du in Heidelberg rumläufst, siehst du trotzdem irgendwie Bulls-Zeichen auf den Cappies oder so. Die Bulls sind einfach was ganz anderes. Das ist einfach ein Brand wirklich weltweit mittlerweile. Und in der Stadt, da interessiert sich gefühlt jeder für dieses Franchise. Und jetzt muss man sagen, war sie auch wirklich in der ersten Saison, du hast schon gesagt, es gab Ambitionen. Also es war ja wirklich Starpower am Start, jetzt abgesehen von Rondo dann mit D-Wade und mit Jimmy Butler. Wie hast du die beiden so erlebt? Waren das Typen, die da vielleicht unnahbar waren, die so ihr Ding gemacht haben? Oder war das in sich ein geschlossener Kreis? Also ich würde sagen, dieses Thema D-Wade war ja sowieso auch zu der Zeit ein Riesenthema, weil er einfach aus Chicago gekommen ist und ewig in Miami. Also es war einfach ein Riesending. Seine erste Nacht, auch wie er rausgelaufen ist und dann sein Name das erste Mal kommt aus Chicago. Also dieses Thema D-Wade war auch ein Riesenthema im Team oder in der Stadt und er hatte viel zu tun, auch irgendwie Promo-Sachen oder hat sich hier engagiert. Und da hat man schon gemerkt, er ist einfach zurück zu Hause und er hatte viele Sachen vorgehabt. Und Jimmy war einfach unser Star, unser Go-To-Guy, der einfach jede Nacht rausgeht und versucht zu killen. Und zwischendurch natürlich ein Wade, der hatte vielleicht mal fitnessmäßig nicht die Möglichkeiten, wie ein Jimmy oder wie ein Rondo, jetzt da jede Nacht so Vollgas zu geben. Aber man hat gesehen, die drei, das ist einfach ein anderes Level. Es war aber trotzdem so Up-and-Down-Diseason. Also ihr hattet teilweise Läufe, wo alles ging. Ihr seid zum Beispiel 3-0 gestartet, danach ging dann kurzzeitig mal überhaupt gar nichts. Wie kannst du dir das erklären, dass das so war? Also gerade am Anfang hatte ich mehr wahrscheinlich mit mir selbst zu tun und mit meinem Training und mit mich präsentieren, weil ich irgendwie versuche, in die Rotation zu kommen. Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal überhaupt draufstand, vielleicht nach 20, 25 Spielen. War das dann ein Turnaround, dieses Nix-Spiel so tatsächlich? Also war es dann auch wirklich so für dich, dass du danach gesagt hast, okay, jetzt ist was passiert, jetzt geht es in die eine Richtung weiter? Ja, ich glaube, das braucht jeder Spieler, egal in welcher Liga, auf welchem neuen Level du ankommst. Du musst dir einmal selbst beweisen, dass du das kannst, auch wenn du es davor weißt oder denkst. Aber das musst du einmal gemacht haben, um dann nochmal ein ganz anderes Mindset zu bekommen. Ja, und das war krass. Also er hat davor, wie gesagt, kaum gespielt, manchmal gar nicht, teilweise so was weiß ich, Garbage-Minuten, wenn die Spiele entschieden waren. Und dann hat er eben dieses Spiel in New York und ab dem Zeitpunkt warst du voll in der Rotation drin. Also es waren dann nicht irgendwie so 10, 12 Minuten, sondern es waren so ab dem Zeitpunkt so 23, 24 Minuten im Schnitt bis zum Ende der Saison. Und hast auch sehr, sehr gut gespielt. Also ich erinnere mich an, ich müsste dein Career-High gewesen sein gegen die Brooklyn Nets, wo du einmal 21 gemacht hast vor den Playoffs. Also je näher die Playoffs dann auch kamen, ist er immer besser reingekommen und da müssen wir natürlich über die Playoffs sprechen. Und das klingt, um das noch kurz einzuhaken, auch danach, weil du meintest, du musst es dir auch selber beweisen als Spieler, aber vielleicht auch dem Trainer. Also war das vielleicht auch so, dass du da in dem Moment dann wirklich Heuberg, vielleicht Heuberg war ja damals der Coach, dass du ihm bewiesen hast, okay, ich kann das hier bringen. War das auch so ein Vertrauensbeweis? Auf jeden Fall. Und mit der Aufgabe, was ich davor gesagt habe, mit Porzinges Verteidigen, das war ja auch zwischendurch auf jeden Fall, oder es war meine Rolle auch zu verteidigen. Gerade wenn wir im Osten gegen die Superstars spielen, so mit LeBron zum Beispiel. Das sind einfach viele Aufgaben auf meiner Position, die einfach defensiv, ein Jimmy, der er eigentlich sehr gerne verteidigt, aber mit dem offensiven Potenzial und mit dem, was er macht, was er bringt. Genau, mit der Verantwortung. Das geht einfach nicht jede Nacht, da braucht er jemanden auf seiner Position, dem er irgendwie auf den er zählen kann. Und das, denke ich, hat er gefühlt, dass er das in mir hat. Und dann mit Sportabdreiern, das haben wir auch ein bisschen gebraucht, sowas. Und ich denke, da habe ich einfach zu einem guten Zeitpunkt einfach gut reingepasst. Das ist was ganz Entscheidendes bei dir. Also ich glaube, das kann man über die Karriere hinweg beobachten. Wenn du eine klare Rolle hast und deine Rolle kennst, dann bist du verdammt gut. Also wenn du weißt, was du auszufüllen hast, und das war eben die Rolle, lass die oben das Pick and Roll laufen. Und du bewegst dich dann entweder vom Corner 45 Grad hoch oder andersrum und haust dann den Dreier rein, wo du dann ja auch gute Quoten hattest. Oder du hast die Aufgabe, jetzt den und den zu verteidigen. Und du hast ja häufig auch die Aufgabe gehabt, LeBron James zu verteidigen. Kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie das war? Ich liebe das Thema, weil das, also wer mich kennt, LeBron James ist nochmal ein ganz anderes Level. Also für mich früher, bevor ich Basketball gespielt habe, war Cristiano Ronaldo meiner, auf den ich so geguckt habe. Und danach war LeBron nochmal mal drei so. Also was er abseits bringt, was er auf dem Spielfeld bringt seit zig Jahren. Also das ist einfach bewundernswert und immer wieder gucke ich ihm zu und bewundere ihn immer noch, obwohl er immer das Gleiche eigentlich bringt. Und sich verbessert im Jahr 15 verbessert. Also das sind einfach Sachen, die mich extrem beeindrucken und einfach ein riesen Vorbild auch ist. Und dann zu sehen die ersten paar Spiele, natürlich im Osten, wir spielen gegen die Cavs recht oft. Dann durfte ich am Anfang zusehen und bin direkt dabei. Und dann weiß ich, okay, meine Rolle ist auf meiner Position auch gut zu verteidigen. Und dann weiß ich, okay, morgen spielen wir gegen die Cavs. Und dann, ja, mit wenig Schlaf geht es rein ins Spiel, weil es einfach Aufregung pur ist, gerade beim ersten Mal. Und das macht natürlich super Spaß, diese Challenge zu bekommen und die Chance zu bekommen, gegen ihn dann direkt so zu spielen. Du hast auch gesagt, dass es ein cooler Charakter ist, also so auf dem Feld, dass es kein Vollidiot ist, der dich irgendwie dumm zulabert mit irgendeinem Zeug, sondern dass es echt cool war. Nee, da hat er mehr Sachen im Kopf, glaube ich, als so Sachen. Also ab und zu bringt er einen Witz oder so gerade. Ich glaube, er und Jim Boylan haben ein besonderes Verhältnis irgendwie gehabt. Die haben immer wieder so ein paar witzige Sprüche gegeneinander gehabt. Damals Assistant Coach, jetzt war er zwischenzeitlich Head Coach, mittlerweile ja auch entlassen von den Chicago Bulls. Ja, aber der, sobald er auf dem Spielfeld oder auch wenn er auf der Bank ist, der organisiert so viel, er redet so viel. Das, also, ja, es ist mehr als ein normaler Spieler, aber das ist ja, glaube ich, auch allen bekannt. Abgesehen dessen muss ich jetzt die Frage stellen, also abgesehen des Gesamtbildes LeBron James, war er der tougheste Gegenspieler denn auch, den du hattest im One-on-One in den Jahren? Nein, im One-on-One in dem Moment, glaube ich, nicht, weil er den Ball hat und viele Wege und viel denkt für andere und dann den Pass gibt. Also ich kann da außer Druck auf den Ball zu machen, wenig machen ab und zu. Wo dann denkt er, okay, jetzt will ich eins gegen eins spielen und dann denke ich, oh, okay, jetzt geht es wirklich los so. Also man muss jede Sekunde natürlich ready sein, aber, also ich glaube, wenn man über die schwersten Matchups wirklich im eins gegen eins redet, dann sind das andere. Aber ich glaube, wenn es dann an die Playoffs gegangen wäre oder nah an die Playoffs, dann wäre das, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Mindset bei ihm. Und dann wäre die Aufgabe auch eine ganz andere gewesen. Aber wer ist dir im Kopf geblieben? So dir jetzt persönlich aus deiner Zeit? Wer mir Probleme gemacht hat? Ja. Ich glaube, ein Jamal Crawford, einfach nur, weil der Spielstil für mich auch ein bisschen unglücklich ist. Oder ein KB natürlich. Schön formuliert. Ja, also diese Gards, die einfach immer hin und her, hin und her, das ist nicht einfach. Dann hast du im MSG debütiert, in der Starting Five, alles schön und gut, LeBron James, auch cool. Aber wahrscheinlich die Playoffs dann wirklich mal, das erste Mal auch auf dem eimischen Parkett zu stehen, da flackern, schlackern die Ohren. Ich weiß schon gar nicht mehr, weil vor den Playoffs hat man so, trainieren wir einfach anders oder wird anders trainiert mit, okay, wir haben jetzt eine Unit, die eigentlich nur zeigen, was die anderen machen, die sich nicht wirklich auf ihr eigenes Spiel konzentrieren. Das ist relativ klar, irgendwie kommuniziert, wer in welcher Minute und wer welche Rotation hat. Zumindest haben wir das gemacht. Und da war mir eigentlich relativ klar, dass ich erst mal am Anfang nicht gar nicht spiele, sondern weniger spiele. Und ich weiß noch, wir haben ja dann gegen Boston gespielt, die ein sehr krasses Jahr hatten mit Aser Thomas. Und ja, es haben so ganz viele Sachen, die wir uns vorgenommen haben, gar nicht funktioniert. Und so ein paar Spieler haben so angefangen, ein bisschen frustriert zu sein, was eigentlich nicht gepasst hat, weil wir die 15, 20 Spiele davor sehr guten Basketball und stetig noch weiterentwickelt hatten. Deswegen kam das in dem Moment, im ersten Spiel, ich weiß jetzt auch nicht, wahrscheinlich hast du irgendwelche Minuten im Kopf. Nee, also entscheidend, also ich finde, ihr seid sehr, sehr gut in die Playoffs gekommen. Also ihr habt die ersten zwei Spiele, habt ihr auswärts in Boston gewonnen. Generell schon, aber ich glaube, das erste Viertel, die erste Halbzeit war eigentlich nicht so. Und gerade die Spieler, die mit mir sich so die Minuten teilen, die haben nicht perfekt oder die haben nicht richtig gut funktioniert direkt am Anfang. Und das war so ein bisschen Glück vielleicht für mich und vielleicht die Erfahrung auch aus Euroleague-Basketball und aus Playoff-Basketball in der BBL, was diese Mentalität und diese Energie schon annähernd irgendwie drankommt. Das hat mir dann schon geholfen und dann dieses Mindset zu haben direkt von Anfang an, das hat schon sehr Spaß gemacht. Da gibt es eine Geschichte, eine kleine, also ihr seid 2-0 in Führung gegangen, habt beide Auswärtsspiele verloren, am Ende dann 4-2 verloren, auch weil Rondo dann ausgefallen ist, verletzt. Spiel 2 hast du 16 Punkte gemacht und hast echt richtig gut gespielt. Ich glaube, die Helen, deine Schwester, die war auch da und die hat mir so erzählt, im vollen TD Garden in Boston, die Leute haben sich gefragt, who the fuck is this? Weil du halt hinten raus echt gescored hast und das Ding mit zugemacht hast. Das meinte ich mit Spaß gemacht, also ich war voll im Spiel, ich habe ein gutes Spiel gemacht, was viele natürlich dann gemacht haben. Und dann die Story, dass meine Schwester dann da war zu Besuch und sie war dann die ganze Zeit in Boston und wir haben ein bisschen Zeit dann einfach in Boston zusammen gehabt, was man auch ein Jahr davor niemals gedacht hätte, so während dem Playoffs jetzt gerade chillen wir hier in Boston am See und gucken Enten zu. Ja, Grüße gehen raus, Helen, das war wunderbar. Ja, das sind einfach so Sachen, so Erfahrungen, die man einfach wahrscheinlich niemals vergisst. Die zwei Jahre bei den Bulls, würdest du dahinter einen positiven Strich machen? Ja, auf jeden Fall. Also riesig viel gelernt, riesig viele Erfahrungen gemacht, Freunde kennengelernt, einfach Neues. Also da sind so viele Sachen, Traum in Erfüllung gegangen, Ziel in die NBA, ein Ziel, dann Playoffs, Basketball zu spielen, abgehakt. Also auf jeden Fall. In Chicago gelebt? Ja, also Chicago. Es gibt auch schlechtere Städte, ne? Ja, ich denke, ich habe ganz gute Städte bis jetzt so erlebt, aber Chicago ist halt... Was ist die schönste Stadt, wo du bisher warst? Ich glaube, das ist Heidelberg. Das ist eine gute Antwort. Es war so plump. München ist auch schön, aber Heidelberg. Ja, zwei kamen dann, für dich wurde es super schwierig, du warst aber auch verletzt, muss man sagen, immer wieder da mit dir selber beschäftigt gewesen. Wie hast du das zweite Jahr in Erinnerung, so alles in allem? Ist es eine Zeit, die du am liebsten ausgrenzt und gar nicht drüber reden willst oder die dich vielleicht auch super, vielleicht sogar mehr geprägt hat als das erste Jahr? Super gerne, so wie über das erste Jahr rede ich nicht darüber, aber gerade mit dem Fuß. Im Sommer habe ich nicht Nationalmannschaft gespielt, weil ich mit den Bulls zusammen gesagt habe, okay, ich will, weil ich da ein bisschen Probleme schon hatte. In den Playoffs hat es ein bisschen angefangen, aber sowas vergisst man oder denkt man nicht dran in den Playoffs. Ja, das hat sich einfach vom Sommer an durchgezogen. Mal hatte ich mehr Probleme, mal weniger. Also da sind so viele Sachen zusammengekommen. Dann fast unser ganzes Team hat sich verändert. Das Mindset hat sich komplett verändert. Man kommt zu, wir wollen in die Playoffs und wir haben Superstars hier und alle geben richtig Gas und wir versuchen, jede Sekunde daran zu denken, wie wir die Offense besser spielen können. Dass wir ein paar Prozentpunkte besser irgendwie offensiv sind oder defensiv zu, okay, wir sind jetzt ein Haufen junger Spieler und wir versuchen, uns zu verbessern. Was komplett, was ganz anderes war, als was ich davor jemals in diesem Sport erlebt habe. Also egal in welcher Mannschaft, ob das in der Regionalliga war, in der JBL, MBL, das ging immer um, wir versuchen bestmöglich zu gewinnen. Einfach nur, es ist recht, natürlich ist auch wichtig, aber es ist recht egal, wie wir es gewinnen. Und da war halt nicht das Gewinn per se an erster Stelle und das war erstmal ein kompletter Wechsel, was da in meinem Kopf so vorgegangen ist. Also ich glaube, mehr Achterbahn kann man in zwei Jahren schwer möglich. Da ist schon viel passiert, ja. Aber es sind natürlich viele Erfahrungen einfach. Also manche Sachen helfen mir jetzt schon. Vielleicht hilft mir irgendwie in Zukunft noch was anderes. Also man weiß nie, mein Vater sagt es immer so gerne, man weiß nie, wofür es gut ist. Du hast mir mal erzählt, du hast ja zu Beginn der Saison mit Taj Gibson und Doug McDermott gespielt. Die wurden ja dann im Laufe des Jahres, wurden sie ja dann im Laufe der Saison getradet zu OKC, meine ich. Und du hast dann immer gesagt, ey Alex, das ist unglaublich. Ich komme auf einmal morgens ins Training und sitze neben Doug McDermott, der packt seine Taschen. So und wusste am Tag vorher noch überhaupt gar nichts davon. Das ist schon ein hartes Business so insgesamt. Ich glaube, der wusste zehn Minuten davor auch nichts davon. Also ich glaube, das war so nach dem Training so, okay, heute ist Trade-Deadline und alle wissen, okay, sind wir zufrieden? Und zu dem Zeitpunkt waren wir auch nicht wirklich, also ganz zufrieden mit dem, was wir dann da gemacht haben, waren wir nicht. Also es hat sich so ein bisschen angedeutet, dass was passiert, aber man trainiert einfach zusammen. Und danach setzt man sich 20 Minuten zusammen in die Umkleide mit den Jungs, die man jeden Tag sieht, mit denen man jeden Tag spricht und spielt und nachdenkt. Und dann von der einen zur anderen Sekunde ohne irgendwie ein Vorzeichen ist irgendjemand plötzlich ganz woanders. Das ist schon ein sehr komisches Gefühl oder ein komisches, das ist einfach komisch. Ja, diese Unsicherheit in der NBA, wo du spielst, wo du am nächsten Morgen dann vielleicht aufwachst, die wird natürlich auch gut bezahlt. Also das gehört zu dem ganzen Business natürlich da auch irgendwie dazu. Klar, klar. In dem Moment hilft dir dein Geld wenig, aber ja auf jeden Fall. Aber es wurde ja auch viel thematisiert, glaube ich, von einigen Superstars jetzt auch, weil ja die letzten Jahre die Trades irgendwie immer krasser werden. Aber warst du dann auch in der Phase so um die Trade-Deadline selber irgendwie auf heißen Kohlen gesessen? Oder war bei dir klar, du bleibst in Chicago? Nö. Ich war eigentlich ziemlich sicher, weil ich jetzt da auch angefangen habe, mehr zu spielen. Und ich habe da vielleicht auch nur, weil ich neu in der Liga war, habe ich gar nicht daran gedacht, dass mich das erwischen könnte. Also vielleicht denken das aber auch alle in dem Raum, außer vielleicht die Jungs, die irgendwie sechs, sieben Jahre schon in der Liga sind und vielleicht auch schon mal getradet wurden. Was auch immer kommt, viel Erfolg, jetzt erstmal die Bayern, ist ja auch nicht so schlecht. Bleib am Leben, also das muss man ja vielleicht an der Stelle dann auch einfach hoffen, dass Trinkieri dich in Ruhe lässt. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt, sehr cool. Jetzt haben wir dich doch wieder eingeladen oder wie rum ist das? Ja, aber ihr habt euch selbst in meinem Wohnzimmer, dann darf ich euch trotzdem bekommen heißen. Dann sag jetzt bitte auch auf Wiedersehen zu den Leuten. Also auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen euch bald wieder im Audidom, wenn ihr alle uns zugucken wollt und nicht immer nur den beiden. Perfekt. Habt ihr noch letzte Worte? Auf gar keinen Fall, was soll man da noch sagen? Abonnierst unseren Kanal, keine Ahnung, irgendwas Spilliges. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, danke.